Hier ist Frau Kielsen, Mann bei Andreas Ruhr vom Bundesverein Adelins und der deutsche Landmeister Andreas Upper, Bundeskanzler 96, auf den neuesten Tag. Ja, der Kugelspurs Ende der Veränder vom Bundeskanzler ist beendet mit starkem 15, 64. Jetzt gibt es noch eine Kollegin vom Bundeskanzler Müll, für Ihn dieses letzte Haus zum Diskuswerfen bei den Winterhofmeisterschaften. Wir sind dann wieder auf Ihrer Opa, Arminyak. Nun, so ist es mit Eino Kömpfe hier in Zippel, mit Unterhausen, nhưng Herr Andreas Uppel Zum Beispiel der deutsche Handmeister und Dritter in der vorigen Saison 2018 ist auf dem Weg hier, wenn, ja wenn, dann wollen wir mal die Jungs anhalten hier, ein ganz Gätschen gerade. Und er kennt, er klauscht sich in einem Ziel. 58,68 Sekunden, das ist der Titel für ein Gätschopper. Tradition und heute, deutscher Handmeister, diesmal 2019.